Um gewählt zu werden, müssen die Parteien einen guten Wahlkampf veranstalten. Ziel des Wahlkampfes ist es, sein Wahlprogramm zu verbreiten und somit Wähler zu mobilisieren. Dabei gibt es einen Wettkampf zwischen den Parteien. Wer aber letztendlich den besten Wahlkampf gemacht hat, müssen die Wähler entscheiden. Um zusätzlich Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, werden an Straßen oder Hauswänden Plakate von den Parteien aufgehängt. Heute ist Sonntag und Abgeordnetenhauswahl. Alle Wahlberechtigten dürfen die Bezirksverordnetenversammlungen und die Abgeordneten des Abgeordnetenhauses wählen. Doch wer ist eigentlich wahlberechtigt? Timo ist 17 Jahre alt und hat einen deutschen Pass. Er darf wie alle EU-Bürger, die mindestens 16 Jahre alt sind, an der Wahl zur Bezirksverordnetenversammlung teilnehmen. Titus ist 23 Jahre alt und bei seiner Tante in Kreuzberg zu Besuch. Auch er hat einen deutschen Pass. Titus darf zwar wählen, aber nur in seinem Wahlbezirk, der sich in Pankow befindet. Er könnte aber Briefwahl beantragen. Carla ist aus der Schweiz und besucht ihren Freund. Sie darf nicht wählen, da sie weder EU-Bürgerin ist, noch eine deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. Peter ist 18 Jahre alt, hat einen deutschen Pass und eine Wohnung in Berlin. Peter darf sowohl die Bezirksverordnetenversammlung als auch die Abgeordneten des Abgeordnetenhauses wählen. Als wahlberechtigt für die Abgeordnetenhauswahlen gelten also alle Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, deutsche Staatsbürger sind und einen festen Wohnsitz in Berlin haben. Die Aufgaben der Wahlhelfer sind, die erste Person führt das Wählerverzeichnis, die zweite Person gibt die Stimmzettel aus, die dritte Person überprüft den Ausweis, die vierte Person überwacht die Wahlurne, die fünfte Person, der Wahlvorsteher, kontrolliert die Wahl. Durch die Wahlkabine wird die geheime Wahl ermöglicht. In der Wahlurne werden abgegebene Stimmzettel gesammelt. Damit keiner die Wahl manipulieren kann, ist die Wahlurne verschlossen. Die Wahlzettel Es gibt drei verschiedene Wahlzettel. Mit dem weißen Stimmzettel wird der Direktkandidat für das Abgeordnetenhaus gewählt. Der Kandidat mit den meisten Erststimmen erhält ein Direktmandat und vertritt die Interessen der Wahlkreisbewohner im Abgeordnetenhaus. Mit der Zweitstimme auf dem blauen Stimmzettel wählt man eine Partei ins Abgeordnetenhaus. Man bestimmt also die Sitzverteilung im Abgeordnetenhaus. Auf dem gelben Stimmzettel wählt man eine Partei in die Bezirksverordnetenversammlung, also das lokale Parlament des Bezirks. Bei den Bezirksverordnetenversammlungswahlen sind alle 16- und 17-jährigen EU-Bürger wahlberechtigt. Nachdem das Wahllokal geschlossen wurde, wird die Wahlurne geöffnet. Dann werden die Stimmzettel vom Wahlversteher aus der Urne genommen und auf den Tisch gelegt. Ungültige Stimmen werden aussortiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020